Hallo Leute, nochmal kurz eine Info bzw. eine Bitte zu Infestation Survivor Stories. Am 31. ist ja die Gemeinschaftsaufnahme, ist ja nicht mehr lange hin. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen der Übersicht wegen, ein bisschen Klarheit schaffen. Wer denn nun alles dabei sein wird und wer nicht und wer in Skype mit dabei sein möchte. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie wir es machen, ob wir da großartig viele mit in Skype dabei haben sollten. Ich schätze mal, es wäre dann etwas unübersichtlich. Ich gucke erstmal, wie viele in Skype dabei sein wollen, also mit die Folge kommentieren möchten praktisch. Oder halt einfach quatschen möchten während dem Zocken. Und wichtig ist halt in erster Linie, wer mitspielt. Also jetzt, wer wirklich mitspielt. Nicht, wer sagt, ja, vielleicht, sondern jetzt mal wirklich fest. Ich meine, es können dann immer noch welche dazukommen, ganz klar. Aber, ähm, wer sagt denn jetzt oder würde jetzt sagen, hey, ich bin auf jeden Fall dabei, ich freue mich da schon drauf. Das ist so mein Anliegen. Ähm, in der Beschreibung findet ihr den Link zur Frittenfriese Community Group. Da könnt ihr euch ja mal, ähm, anmelden oder beitreten, vielmehr heißt das ja. Oder mich in Facebook anschreiben, da ich euch da mit hinzufüge. Denn, dann können wir da in, da habe ich schon ein Dokument erstellt. Dann können wir da euren Namen reinschreiben, euren Infestation-Namen und dann weiß ich, dass ihr mit dabei seid. Einfach, damit ich die Übersicht habe, wer denn jetzt überhaupt alles mitmacht. Wer kein Facebook hat, ist auch nicht schlimm. Der darf mir natürlich in YouTube in die Kommentare oder per Privatnachricht schreiben, ähm, dass er mitmachen möchte oder mitmachen wird. Und dann brauche ich halt noch deinen Infestation-Survivor-Stories-Namen, also wie du dann in-game heißen wirst. Wegen den Gruppeneinladungen. Da wollen wir ja nicht, nichts dem Zufall überlassen. Ansonsten nochmal die Bitte, oder die, ja, die Bitte, das wäre ganz gut, dass ihr dann auch am 31. um 21 Uhr, wenn die Aufnahme stattfindet, ähm, an dem vereinbarten Treffpunkt seid. In Clearview, den Link zum Infovideo, wo ihr seht, wo ihr nochmal alle Informationen kriegt, den packe ich euch natürlich auch nochmal unten rein. Also wer nicht weiß, wo der Treffpunkt sein soll, der kann sich jetzt nochmal informieren. Und dann wäre es ganz gut, dass wir uns dort, ähm, bei dem Treffpunkt dann treffen. Also um 21 Uhr soll dann die Aufnahme auch starten. Da wollen wir dann losspielen und, ähm, dann sollten eben alle, die mitsmachen wollen, auch schon am Treffpunkt sein und am besten auch schon ein bisschen Ausrüstung haben. Wir werden auf jeden Fall nach Campus City gehen. Wir werden vielleicht, äh, Smallville, glaube ich, heißt das, nochmal mitnehmen, aber nur vielleicht. Vielleicht gehen wir auch direkt nach Campus, denn eine Stunde Aufnahmezeit ist ja jetzt nicht die Welt. Also, ähm, vielleicht nehme ich auch zwei Stunden auf. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es mal auf mich zukommen, denn man darf ja auch nicht vergessen, dass die Infestation-Folgen immer so 15 Minuten gehen, eine Stunde. Das wären vier Folgen. Das wäre dann schon wieder ein ganzer Monat, den ich dann ausgesorgt hätte, was Folgen angeht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Naja gut, in erster Linie ist jetzt wichtig, wer macht mit, ähm, der darf gerne mal in die Kommentare schreiben oder eben der Frittenfriseur-Gruppe beitreten, dieser Community-Gruppe, damit ich da Bescheid weiß, wer mitmacht und wer in Skype mit dabei sein will. Das ist das Wichtige. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann oder sehen uns dann am 31. auf AU-SER20. Wie bereits schon gesprochen, wie gesagt, alle Infos findet ihr im Video, das in der Beschreibung verlinkt ist. Gut. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wie, äh, ja, ich freue mich auf zahlreiches Erscheinen und dann machen wir Campos City ein bisschen unsicher. Ja. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Also bis dann, meine Freunde. Und bis, ja, für schöne Zeit noch bis dahin, ne? Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020